Covid-Check-Plattform Wir wollen den Prozess zur Untersuchung von Covid-Verdachtsfällen effizienter gestalten. Wir setzen dabei auf digitale Kommunikation zwischen Personen mit Verdachtsfällen, medizinischen Institutionen und Behörden. Dazu haben wir eine Plattform mit zentraler Datenhaltung und mehreren Zugangskanälen aufgebaut. Wir haben folgendes Szenario umgesetzt. Eine Person mit Verdachtsfall kann eine erste Risikoanalyse eigenständig durchführen. Wird der Verdacht bestätigt, wird eine Untersuchung beantragt. Sobald ein Termin zugewiesen wird, wird diese an den Patienten kommuniziert. Bei der Untersuchung liegen die Daten aus der Selbsteinschätzung bereits vor. Eine Ärztin nimmt eine fundierte Anamnese vor und erstellt gegebenenfalls eine Probe zur Laboruntersuchung. Das Labor informiert Patienten, medizinische Institutionen und Behörden über die Auswertung der Probe. Die zentral gehaltenen Daten bilden eine fundierte Grundlage zum Auswerten der Bedrohungssituation durch Covid. Wir sind davon überzeugt, dass die Digitalisierung der Kommunikation zwischen Probanden, Ärzten, Laboren, Behörden nutzenstiftend ist. Wir haben im Hackathon gezeigt, dass der Aufwand für die Entwicklung einer solchen Plattform verglichen mit dem potenziellen Nutzen marginal ist. Als Softwareprofis können wir eine solche Plattform skalierbar und sicher aufbauen, große Datenmengen effizient auswerten und Schwellen niedrig gestalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017